Hallo hier mein Küken und damit direkt, dass wir heute noch einen großen Kanal zum kleinen Flurrige geben. Heute wieder zusammen Five Nights at Guests. Roblox Style. Ach, Roblox heißt grüßen oder was? Worauf möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Unterstützer, dem lieben Piwi bedanken. Auch ihr könnt mich unterstützen. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Ich bin z.B. der Piwi als Kanalmitglied. Ihr seht z.B. exklusive Videos, die sonst keiner gibt. Nur für Mitglieder. Und als Herz nehmen. New Game. Blogsmail.com Inbox. Oh, ich spuck schon auf mein Laptop oder was? Bin ich noch klar normal oder wie oder was? First Night. Oh, nice. Tür. Licht hab ich heins. Oh! 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 genreise Oh! Oh, oh! And ich muss auf den Mot continu. Ich schau mich mal lieber mal um und befasse mich so... Roblox. Oh was ist das für eine Kamera alleine? Das ist ja nichts. Wenn man hier draufklickt. Zwei Uhr schon. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich hasse... Ich sehe hier keinen. Ich hasse es. Doch, er kommt. Er hier. Aber sonst sehe ich ihn. Doch. Sehe ich ihn dann oder macht er mich Mulo? Ich weiß nicht. Ich schau mal. Er steht ja hier. Er steht ja Left. Sieht man ihn oder sieht man ihn nicht? Man sieht ihn nicht und er kommt nicht zur Tür. Oh no. What the fool? Ich habe jetzt gedacht Wunder was. Versteht ihr? Power Left. Ob das was bringt? Power generator can be started with 5% energy. Ah. Ah. Wenn wir noch 5% Power haben. Löwe. Roblox, ist das crazy? Warum immer solche Spiele? Lass doch mal dieses Geflimmere weg. Das geht einem sowas von auf den Sack hier. Ein bisschen gassed. Call me. Ich werde ja vermissen von der Leute hier. Kommt der Links. Die Fresse hier. Arsch. Arsch Arsch. Roblox Manx Co... Ergucke... Diesmal nicht... Du Hong... Er steht noch da... 3 Uhr... Er steht immer noch da... Da kommt keiner... Er steht immer noch da... Gehen wir nicht auf zu sein Kollege... What?! Die Tür war noch zu! Er legt noch am Arsch! Er legt noch am Arsch! Fuh... Dem... Du Hong... Du... Du Hong... Da hört ja alle Freundschaft auf, oder? Auf... 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 Ich bin doch voll gescheuert hier... Warte... Warte... Und die Tür war definitiv zu... Okay... Door System will be inactive... Aha... Der guckt doch blöd in die Wäsche... Aus der Wäsche... Jetzt ist er hier... Jetzt müsste er ja gleich kommen... Aber im Moment kommt keiner... Warum nicht? Ich mach jetzt mal vorsichtshalber beide Türen zu... Und wenn er mich jetzt jumpscaret... Und bleib hier... Dann... Dann verstehe ich die Welt nicht mehr Leute... Wenn er mich jetzt jumpscaret... Entschuldigung... Entschuldigung... Er ist weg... 4am... Kommt da einer... Ich glaub hier kommt einer... Ich glaub hier kommt einer... Ich glaub hier kommt einer... Hey hier... Die Arrow... ؟ Dem Pizza hat's... Dem Pizza hat... Du DUDUDUDUDUDUDUD L chau BANG HEADSHOT Ich sag jetzt nix. Ich sag jetzt mal gar nichts. Ich glaube das Besseres ist natürlich nämlich hier Worte sagen, die ich eigentlich sagen möchte in der Öffentlichkeit. So ein Arsch oder? Wo kommt denn er jetzt her, der Roblox? Das weiß ja kein Mensch. Der Uninvited Guest. Keiner hat mich eingeladen. So ne Frechheit hier oder? Kann das ja vermutlich nicht wahr sein. Scheint aber so. Und das war jetzt weil wir da super super unfair findet der Rusty Mann. Wär auch so n Sch... Jo. Und der Rusty Mann. Da 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 da. Kommt er schon? Er schon noch hier. Also am besten immer beide Türen zu machen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Immer beide Türen zu machen, sonst funktioniert das eh nicht mit der Olga Wachholger. Wir haben ja jetzt 3 Uhr. Und keiner kommt. Aber wir müssen ja jetzt eigentlich dann gleich kommen. Aber dieses Mal anscheinend nicht. So. Ich mach vorsichtshalber beide Türen zu. Und wer verpisst sich da net? Der Kollege. Grinsebert. Das ist rum mit lustig. Dann werden wir keine Freunde mehr. Das sag ich dir. Ist er weg? Jo. Ist er weg? Ist er da? Ist er nicht? Man kann da da. Hier ist noch keiner. Ich möchte nur die Nacht überleben. Mehr möchte ich gar nicht. Ich brauche einen kleinen Erfolg heute. Versteht ihr? Ist hier noch keiner? Komisch. Jetzt kommt keiner. Wie so ein Schalt. Damit ich die Nacht überlebe. I will survive. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Doch schon. Und sehr oft. Na. Wer lacht jetzt? Hier. Scheun oder was? Second Night. Anschlägen. No. No. Ja Freunde. Das war Five Nights at Cast. Ich sag aber jetzt nichts dazu. Sonst reg ich mich nur unnötig auf. Ihr könnt ja gerne selber spielen. Und selber mal probieren. Ist aber für mich... Kann man. Muss man aber schon gar net. Ich bedanke mich natürlich bei euch für's zu sehen wird. Ich freue mich. Wenn ihr euch wieder einschalten würdet. Auf meinem Berufsdekanal. Bitte werdet euch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Klocke. Und wenn ihr noch kein Abo habt. Einfach nur aufs Kälbchen drücken. In diesem Sinne. Bleibt einfach gesund. Und genießt es. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Kann man das genießen? Jo. In diesem Sinne. Ich hab's schon wieder gut für die Geräte. Und dann geht es natürlich. Und dann geht es auf dich. Und dann geht es euch. Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschauj. Bye. Vielen Dank.